Ja, ein morgendlicher Einblick in die morgendliche Spiel- und Rabaukenstunde unserer süßen Welpen. Hier wird schon ausgehandelt, wer wohl der Stärkere ist. Ja, hallo, hier geht's rund zur Sache. Und hier kommt der Nächste an und möchte Fußball spielen. Was passiert hier? Ja, hallo, alles eure Spielsache? Alles? Und was ist das? Es ist eine Kamera. Und da kommt Dario. Ins Bild gelaufen. Ja, was gibt's da zu schnuppern? Ja, auch hier gibt es rund zur Sache. Ja, der Schwanz. Und hier, ihr zwei. Eure Fischermatte sieht gut aus. Ihr gewöhnt euch langsam dran. Ja, da kommst du her von der Fürstenkrone. Ja, nach der Milchfütterung haben wir Kraft zum Spielen und Toben. Und hier kommt einer von Belinas Kindern. Ja, hallo. So, und das sind alle von Julien. Und Julien hat sich zurückgezogen zum Entspannen. Und hier drüben herrscht noch ein wenig Ruhe. Nein, hier wird gesäugt. Die Milchbar ist geöffnet, damit die Babys und Helden Kraft bekommen. Ja, hallo. Das müssen wir ja wechseln. Da wart ihr ja fleißig heute Nacht. Und hier ist eure Spülstation. Damit ihr viele Sachen kennenlernt. Ja, toll macht ihr das. Ja, zeig ihm, wo es längst geht. Zeig ihm. Zeig ihm. Und du spielst mit der Papierrolle? Gut. Beenden wir die morgendliche Spielstunde. Ja, hallo. Ja, hallo. Okay. 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 Das war's für heute.